Ich male ein Bild anhand der Smilies, die jetzt rauskommen. Das ist eine richtig komische Auswahl. Ich habe dann versucht, einfach mal zu skizzieren. Einfach mal anfangen. Und ich habe mir selber die Challenge gestellt, dass ich einfach mal drauf losmale und gar nicht großartig darüber nachdenke, was ich da eigentlich zum Teufel gerade mache. Ähm ja, manchmal muss man einfach frei Hand zeichnen, aber das Endergebnis finde ich trotzdem hässlich. Folgt mir gerne auch hier, hier habe ich auch bessere Bilder.